Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernfilm über den Vulkan. Vulkanaufbau. Da ist die Magmakammer unter dem Berg, der Krater zuoberst auf dem Berg und kleine Löcher auf der Erdoberfläche, die Dampf oder Wasser aus dem Boden herausjagen. Funktion. Ein Vulkan ist eine Art Loch im Berg, das Lava abgibt. Wenn sich der Magmakammer genügend Magma angesammelt hat, entsteht ein Druck. Dann wird Asche aus dem Berg herausgeschossen und danach kommt das Magma, das sobald er an der Erdoberfläche angekommen ist, Lava genannt wird. Gefahren und Auswirkungen. Wenn neben einem Dorf oder einer Stadt ein Vulkan steht, schweben diese Leute immer in Gefahr. Denn wenn ein Vulkan ausbricht, passiert das. Und bei einer Stadt ist das Ganze noch extremer. Wenn ein Vulkan ausbricht, sind viele Gefahren damit verbunden. Es strömt durch die Gase aus, die Asche kam zum Verhängnis werden. Etwa bei Flugzeilen und den Menschen.